Terra, auch EOS-1 oder EOS-1 Uhr nachts genannt, ist ein am 18. Dezember 1999 gestarteter Erdbeobachtungssatellit der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA zur Erforschung und Beobachtung der Erde. Die geplante Lebensdauer des Satelliten betrug ursprünglich sechs Jahre. Terra ist neben Aqua und Aura eine der drei Hauptmissionen des Earth Observing System, einem etliche Missionen umfassenden, längerfristigen Forschungsprogramm der NASA. Der Satellit kostete 1,3 Milliarden US-Dollar. Bahndaten Der Satellit bewegt sich auf einer polaren, sonnensynchronen Erdumlaufbahn. Eine Eigenschaft dieser Umlaufbahn ist, dass der Satellit einen Punkt auf der Erde jeden Tag zur selben Zeit passiert. Deshalb werden solche Erdumlaufbahnen häufig für meteorologische Satelliten und Erdbeobachtungssatelliten genutzt. Instrumente An Bord des Satelliten befinden sich folgende fünf Instrumente. ASTAR nimmt hochauflösende Bilder in 14 Kanälen vom sichtbaren Licht bis in die thermische Infrarotstrahlung auf. Die Auflösung beträgt etwa 15 bis 90 Meter pro Bildpunkt. Daraus können Seehöhe, Oberflächentemperatur, Reflektivität und Emissivität des betrachteten Landteils abgeleitet werden. Das Instrument wurde in Japan gebaut. CERES bestimmt den gesamten Wärmefluss von bzw. zur Erde und liefert Informationen über die Beschaffenheit der Wolken. An Bord von TA befinden sich zwei CERES-Instrumente, eines davon beobachtet immer gerade in Richtung Erde, während das andere schwenkbar ist. MIS-R besteht aus neun Kameras, wobei jede vier Farbkanäle hat. Die Kameras beobachten die Erde unter verschiedenen Winkeln. Das Instrument untersucht die Streuung des Sonnenlichts, Wolken, Aerosole und die Vegetation. MODIS hat eine relativ geringe Auflösung und arbeitet mit 36 Kanälen. Es dient zur Erkennung großräumiger Änderungen in der Biosphäre. MOPi-TT misst die Konzentration von Methan und Kohlenstoffmonoxid in der Troposphäre mittels Gaskorrelationsspektroskopie. TERRA begann am 24. Februar 2000 mit der Aufzeichnung von Daten.